Wen haben wir denn da? Wenden wir nicht zu viel? Ach komm. Was aber zu verlieren? Ist doch mal ein bisschen Geld. Gegen das Doppelte, wenn wir gewinnen. Schwach. Welch ein Kampf! Hiermit sei Wissen und Kunst getan, dass der Hexer den Fakewebel besiegt hat und nunmehr Meister von ganz Wellen ist. Wenn du nicht genug kriegen kannst, findest du anderswo würdige Gegner. In Novigrad gibt es genügend. Aha. Du bist der Hexenmann, der Mutant? Hier ist nichts für dich. Ich habe schon ein interessanteres aus meiner Nase geholt. Ja. Hä? Okay. Wir sind... Faust-Meister. Faust-Kampf-Meister. Okay. Wollte ich mal sagen. Quest. Ne, hör auf. Das wollen wir jetzt noch nicht. Rückkehr in den Burg gesumpft, das wollten wir machen. Bevor wir nach Novigrad ausbrechen. Wir sind auf dem besten Weg. Oh, wir haben einen Punkt gekriegt. Schneller Angriff ist normalerweise das, was wir machen. Ich mache auch eine Feldabweisung. Kann auch mal nicht schaden. Nein, nein. Wie viele Side-Pests jetzt hier. die jetzt sehr angeflüstert werden. Wenn, dann später. Wir können ja wahrscheinlich später nochmal nach Velen zurückkommen. Wir haben hier noch eine halbwegs Story-Quest. Die ich jetzt als nächstes machen würde. Da lohnt es sich für mich noch. Um das Level vielleicht auch ein bisschen hinzukriegen. Aber generell geht es für mich jetzt langsam Richtung Novigrad. Okay, hier müssen wir noch ein bisschen... Bisschen Landschaft genießen. Und hopp! 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 Das ist noch nicht in die Widerwirkung. Das sieht nicht so aus. Da fängt sich Plätze schon wieder. Okay, da müssen wir hin. Ist ja nicht mehr. Helbe Strecke haben wir ja schon. Das reiten wir jetzt mal schnell. Ein totes Reh. Die werden dann wieder gehen. Die werden in den Graben gefällt. Ob er bereit wird am Graben. Fressen die die Raben. ich bin der forstkampf meister schwer zücken braucht man gar nicht das macht man nicht im forstkampf gewöhnliche gegenstand und was zu essen fährt wo bist du wollte ich gerade sagen so weiter geht's jetzt mit einem heuprigen Weg. Wir mussten bloß gerade mal ein bisschen Hindernisse aus dem Weg räumen. Wollte uns gleich jemand aufhalten. Ach komm schon Plätze, so dass du das hier nicht schaffst. Haben wir den Greif oder was? Alter Mann. Ah, da sind wir. Zum Teufel treiben sich die Hexenjäger überhaupt hier rum. Sie sind doch nicht aus Novigat gekommen, um zwei niemanden aufzuknüpfen. Ich weiß es nicht, Herr. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Geralt, gut, dass du da bist. Das Geschwätz dieses Gesindels ergibt keinen Sinn. Vielleicht nehmen sie nach ein paar Peitschen lieben Vernunft an. Und? Spuck's aus. Wo sind sie hin? Zum Dorf im Summfern. Das Mädchen ist mit ihm geritten. Er hat ständig nach seiner Mutter gefragt. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Nein, Verstand. Ich hole meine Männer. Wir müssen zur Belohnung ein Silberschwert für mich hast. So, Luke. Suche mit dem Baron die Hirte der Mumen im Summfer auf. Ah, Begleiter Quest. Nice. Der mit seinen 1, 2, 3, 4, 5... Okay, der hat 5 Leute. Sehr toll. Also, wir werden aber quasi alleine kämpfen. Die werden uns ja nicht wirklich helfen können. Ich guck mal jetzt in der Taub, ob wir hier irgendwie was Fressbares haben. Ein Stück Fleisch. Das würde jetzt auch nicht wirklich weiterhelfen. Was konnten noch mal die Tränke? Taktik. Osterauer Generation. Okay, sollten wir vielleicht mal trinken. Oha. Wir wollen ja unsere Kämpfer nicht schon hier verlieren. Was der Brunschung hier drauf geht. Na toll, los weiter. Ja, so viel habe ich lange nicht mehr gesehen. Wir hätten nicht herkommen sollen. Wir haben doch gar keinen Grund, uns hier rumzutreiben. Ich werde mal meditieren, sofern das möglich ist. Wie besser ist das Fleisch jetzt schon zu verkaufen. Das wird nicht leicht, hier durch die Zimpfe zu kommen. ein Wasserweib das ist grausam und weiter Oha Ok, da ist noch einer brauchen wir ein bisschen Hilfe sind nicht so gut zum Kämpfen ich denke du hast nichts zu befürchten hast ja deine neuen Freunde mitgebracht ich habe keine Angst das ewige Feuer beschützt mich vor mir muss es dich nicht beschützen Tamara, liebe Tochter du bist wieder der ich wollte gerade sagen, er ist doch nicht weg verweigere mir diese Umarmung nicht bleib weg von mir ich bin wegen Mutter hier im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen was zum Teufel glaubst du was ich hier mache ich bringe sie nach Hause das lässt du schön bleiben aber die können schöne Versteckungen sein die können auch gebrochen du hast noch nichts ich verstehe dass du zornig bist ich war nicht der beste Vater und Ehemann ich weiß ich habe mich aber geändert ich bin nicht der Kriegerung sein das ist eure Sache ich mische mich da nicht ein recht so wahrlich ich sage euch Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang wer in drei Teufelsnamen ist das? und wer fragt die Soho? das ist mein Kommandant was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht Tamara du stehst jetzt auf deren Seite? willst du dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen? du bist nicht mein Vater er schert mich ein Dreck was aus dir wird ich erinnere daran dass wir hier eine Aufgabe haben Hexer wirst du uns helfen? ich wäre nicht hier wenn ich das nicht wollte ich habe fünf Männer lass uns mal gemeinsam kämpfen ich weiß nicht was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet die Zeit drängt die Mumen können jeden Augenblick zurückkommen ha! woher willst du wissen dass sie nicht schon längst hier sind? weil wir noch leben durchsucht das Dorf war das nicht die die wir geschlachtet haben? in anderen Quests Storyfehler nicht nicht hier drüben ordentlich geschubt hey zurück mit dir Stinker über Brot frisch und warm Mutter ah da blitzblank taufrisch los falsche mich aus ich habe es so klein gemacht ich habe geknabbert aber nur um zu sehen ob es fest ist aber es ist frisch ich habe erbarmen ich habe erbarmen ich habe erbarmen sie wurden lange von dem von den von den fischern gequält ich bin es erkennst du mich sie kennen niemanden mehr was ist mit ihr passiert ich habe gesagt ich mache das alles gib her ich schrubbe es nochmal schrubbe es sauber Mutter da kommt etwas passt auf was war das? Wölfe vielleicht klang nicht nach Wölfen waren auch keine will machen zum Forstkampf macht euch bereit und ich bin dich ah er trunken verdammt das Wasserweib pass auf das Wasserweib auf das Wasserweib auf so er trunken abschlachten so er trunken ach du scheiße Hier sollte man vielleicht mal ein bisschen taktischer gehen. Das ist schlecht, ich sehe nichts mehr, ich bin fast tot. Den Unheil, den kriegen wir wahrscheinlich nicht besiegt. Und wenn es Tieren können wir nicht? Natürlich nicht. Na toll, was soll denn das werden? Du stehst nach Angst, das ist der Geschmack. Weg hier. Da muss ein Taktisch vorgehen. Oh scheiße, es hat uns. Wir sollten hier warten, bis wir wieder was sehen können. Ich habe aber nichts mehr zum Essen. Wir sollten uns was zum Essen holen. Irgendwelche Chancen hier, was zu futtern zu kriegen. Wir müssen warten. Wir müssen das weiter so rum die kämpfen lassen. Sonst wird das hier nichts mehr. Sen, wir finden hier irgendwo was zu essen. Nein! Ein Schlaf und ich bin tot. Ich kann hier nicht rein. Ich muss das weiter suchen. Wie weit sind die mit dem? Ich kann hier irgendwie looten oder so. Das sieht schlecht aus. Tötet den Unheil und die anderen Monster. Das ist ja... Diese Muskeln, die Seelen, das Fett. Köstlich. Dann leuten das Wasser im Mund zusammen. Verdammt, aber die anderen greifen nicht mehr an. Vielleicht sind sie schon tot oder... Das kann halt dauern. Das kann halt dauern. Nichts zum Ende mit Tau, was wir noch essen können. Leider nicht. Vielleicht kommen wir nicht rein. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Verdammt! Letzter Checkpoint hoffentlich nicht zu weit weg. Der war schon gut auf einem Level. Die anderen hätten es noch. Wenn wir nur noch eine halbe Stunde gewartet hätten, hätten es die Ritter alles auch geschafft. Das wäre eine Taktik gewesen, immer mal so ein bisschen mit dem Feuer reinzugehen. Das war jetzt bei diesem Versuch mal ein bisschen taktischer Vorgehen. Weniger draufhauen, mehr Rückzug. Na komm. So schwer ist das Biest nicht. Natürlich blöd ist vorher die Wasserweibe und die... Was war das? Wölfe? Vielleicht. Klang nicht nach Wölfen. Waren auch keine. Macht euch bereit. Ich gucke hier nach Essen. Nach Essen. Wo es los geht. Wir rennen fett. Da müsste irgendwo Essen rumliegen. Wenn wir es auch nicht mehr gibt. Ein Stück Fleisch haben wir hier. Wir haben hier. Wir haben Bücher. Wir haben hier. Verdammt! Ich bin jetzt rein. Ich bin jetzt rein. Ich bin jetzt kein Schrank gegen mich. Die Bestie würde wahrscheinlich nicht das Letzte sein, was wir besiegen müssen, Nilia. Jetzt haben wir hier ein bisschen Schaden kassiert. Betrunkener. Oh, hau ab. Ah, so ein Mist, dass wir nicht rein können. Das war ein kritischer Treffer. Und das ist der Unheil für Schwestern. Ich kann nicht angreifen. Oh, Kacke. Oh, weia. Der Rückzug ist ja wahrscheinlich nicht so gut. Weg hier! Ich bin sowas von tot. Versteck mich hier. Das ist ordentlich unklug und erst mal was hier rein zu gehen. Eine dunkle Spaziergang. Ich glaube, wir sollten uns mal zurückziehen. Taktisches zurückziehen. Wir schützen euch auf, Junge. Wir machen uns mal zusammen. Ihr macht das schon. Du schwingst nach Angst. Das wird der Geschmack. Wir schwingst nach Angst, Junge. Wir machen uns mal eine leckere Brille. Ich glaube, zu weit weg gehen dürfen wir dann auch nicht. Das wird der Kampf beenden. Das wird der Kampf beenden. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hat der sich viel Geld? Oder? Wir danken ihn doch wieder auf. Wir danken ihn doch wieder auf. Nein. Hm. Diese Muskeln, diese Hände. Das Fett. Köstlich. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF. Untertitelung des ZDF, 2020